Peters. Steffen Peters, der ja in den vergangenen Jahren für die USA schon Medaillen erritten hat bei Weltmeisterschaften Kentucky, bei Olympischen Spielen, im Weltcup hoch erfolgreich dabei war, also bis zum Sieg. Und jetzt hier auf einem Nachwuchsferd. Das Nachwuchsferd heißt Rosamunde und sie ist die allerjüngste hier heute. Sie ist nämlich erst sieben. Es ist eine Tochter von Rock Forever, aus einer Fiedermark-Mutter gezogen, eine rheinländische Stute. Das ist eine Tochter von Rock Forever. Das ist eine Tochter von Rock Forever. Ja, der Star, mit dem er seine größten Erfolge gefeiert hat, das war Ravel. Sie erinnern sich, mit ihm hat er auch in Aachen mal den großen Dressurpreis gewonnen. Jetzt heißt sein neuer Star Legolas und mit Legolas möchte er natürlich zu den Weltreiterspielen Ende August in der Normandie. Ja, da ist sie doch noch so ein bisschen Baby in den Schrittfioretten. Das hat man gesehen. Da ist sie noch nicht ganz so geschlossen und nicht ganz so versammelt, wie das im Optimalfall wäre. Ja, aber nach einer sehr elastischen, schwungvollen Traktur zeigt sie uns hier auch einen super Schritt. Guck mal hier, völlig entspannt, total lang gedehnt, super Viertakt mit sehr schönem Schreiten. Also das ist wirklich, ich möchte jetzt mal sagen, gehört bestimmt zu den besten Schritttouren oder zu den besten starken Schritten, die wir hier heute gesehen haben. Ups, da wird sie noch so einen Ticken schief im Wechsel, hat noch nicht so die letzte Sicherheit, um jetzt wirklich genau geradeaus unter das Gewicht zu springen. Aber, Mensch, sieben Jahre. Super Lastaufnahme, ne? Vielleicht hat sie noch nicht die letzte Kraft, um das hier wirklich rhythmisch zu zeigen, aber genau auf dem richtigen Weg. Also Hollarie, ich glaube, da hat er ja schon wieder einen Joker im Ärmel für die Zukunft der Steffen Peters. Guck mal hier, da wird sie noch so einen Ticken breit, na, auch so ein bisschen typisch Baby noch, da kann sie das noch nicht ganz so halten. Ja, und dann der Wechsel auch noch nicht ganz locker nach vorne, also das sind hier heute noch keine 80 Prozent, um es mal salopp zu formulieren. Aber ich glaube, man kann erkennen, was in diesem Pferd steckt. Und die scheint ja auch vom Interieur her genau bei ihm zu sein, ganz konzentriert. Er ist natürlich auch ein wahnsinnig gefühlvoller Reiter und das kommt ihm gerade hier bei diesen jungen Pferden natürlich auch zugute. Da guck, da fehlt ihr so ein bisschen die Kraft, ne? Da sehen Sie das. Am Ende der Diagonalen kippt sie so einen Ticken vorne ab, so nach dem Motto, ah, boah, jetzt wird's aber anstrengend. Da nimmt er, guck mal, wie, der nutzt die Ecke. Das war doch das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Er versteht es wirklich hier, die Ecken vor einer Lektion zu benutzen. Das Pferd nochmal zu versammeln und dann für den starken Galopp vorzubereiten. Genau so muss das sein. Ja, also ich muss sagen, die machen ja Spaß, die beiden hier. Steffen Peters war das auf seiner erst siebenjährigen Rheinländerin Rosamunde mit einer Runde, die uns gezeigt hat, sie ist noch ein bisschen Baby. Sie ist eben erst sieben, aber ich glaube sagen zu können, sie ist auf einem exzellenten Weg mit ganz viel Potenzial. Auch schön zu sehen, wie sie jetzt hier rausgeht, die Ohren gespitzt. Ich möchte mal sagen, ja, wahrscheinlich ohne ein feuchtes Haar, so wie es aussieht. Sie ist total entspannt und so, genau so soll es sein. Das hat Spaß gemacht, eine sehr schöne Runde. Steffen Peters war das mit Rosamunde. Kommt aus den USA eine Teamkollegin von Steffen Peters. Wir begrüßen Tina Konjet. Schon des Öfteren hier am Start bei unserem Schindelhof. Bei Manfred Zorowski Gedächtnisturnier. Sie zeigt uns hier Wyoming. Und hier haben wir noch das Ergebnis von Mariel Bach aus Deutschland.